Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dali und heute möchte ich den Gewinner bekannt geben für die 300 Abonnentenverlosungen. Wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Ich hab keinen Akku mehr. Verdammt. Ähm, das mach ich ganz schnell. Äh, genau. Also ich werde mir den Gewinner herausziehen über den Random Picker. Und da gebe ich einfach die Video-Earl ein. Der lädt sich dann die ganzen Kommentare und pickt sich dann einen Gewinner heraus. Und ähm, ich teile den Bildschirm mit euch. So, wir befinden uns jetzt in dem YouTube Random Common Picker und ich werde hier die Earl eingeben von dem Video. Dann gehen wir hier einfach auf die Suche und es wurden alle 39 Kommentare registriert. Und jetzt ermitteln wir den oder die Gewinnerin. Anne-Mohne. Liebe Dani, ich bin durch den Adventskalender auf dich aufmerksam geworden und habe dir direkt ein Abo dagelassen. Du bist mir echt sympathisch und ich freue mich auf neue Videos von dir. Ich will gewinnen. Super. So, liebe Anne-Mohne, herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Ähm, schick mir doch einfach eine Nachricht per E-Mail oder auf Instagram mit deiner Adresse. Melde dich innerhalb von einer Woche bei mir. Und dann macht dich dieses hübsche kleine Täckchen auf den Weg zu dir. Okay. Ja, vielen Dank an alle anderen, die mitgemacht haben. Und, ähm, hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr nochmal mitmachen möchtet bei einem Gewinnspiel. Ich habe im Moment zwei Gewinnspiele. Einmal, ähm, für die Lippenmaske und einmal das Gewinnspiel für den Beauty-YouTuber-Adventskalender. Wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, dann, ähm, versucht da euer Glück. Und, ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Und, ähm, ja, wir sind im Moment doch im Stress, muss ich sagen. Ne, die ganzen Vorbereitungen für Weihnachten und für die Feiertage sind noch am Laufen. Ich wünsche euch noch eine besinnliche Weihnachtszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.